Na und George, erst wenn der nicht seine Tonne Fleisch pro Tag kriegt, klappt er doch zusammen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Und Sie brauchen sich nicht über einen Hund lustig zu machen, dessen einziger Fehler es ist, in einer Großstadt aufgewachsen zu sein und nicht in den Bergen. Aber das haben Sie mir ja nie gesagt. Sie haben erzählt, er wäre so eine Art König der Berge. Das ist nicht wahr, das habe ich nie gesagt.